So, willkommen zurück in Part 5 von Final Fantasy XIII 2. So, wir sind stehen geblieben an dieser Frage und wir stellen uns die Frage. Neue Start zum Himmel als er ja Kuckuck in unserem ersten Mal. Welche Worte soll Seranin richten? Ähm... Du wirkst aufgewühlt? Ähm... Ähm, ähm, ja, ist doch eigentlich vollkommen wurscht, nehm ich mal an. Du siehst ein bisschen schade da, nicht wahr? Heh, das ist so obvious, hm? Ich dachte, ich wusste, was ich erwarten soll. Dass man in eine Welt, die man nicht versteht, ist viel mehr verrückter, als ich mir gedacht habe. Ich bin nicht so schnell, wie ich mich nicht mehr so gut bin. Ich bin nicht so schnell, wie ich mich nicht mehr so gut bin. Okay. Okay. Hö, halt, umstehe jetzt einfach mal so blindlingsfolge, mein Freund. Und... Ey... Was ist da? Ja. Puh. Gerade noch hervorragend. Ja. Ja. Hier. Muss sowieso erstmal hier ein bisschen... ...geschockt werden. Ja, komm ein bisschen... Feuer, Feuer, Feuer! los das war ich doch oder er doppelkampf ob das schon kommt ja also und ein heiltrank das war der das hier so aha nichts gut oh ne ja komm es hat denn schon ordentlichen phrase jetzt könnt ihr auch direkt hier so bleiben weil die ja sowieso gleich schock status sind na los so dass tot wort so muss es auch sein so aussehen und eine feld 2 phoenix federn die zum wiederbeleben da sind na hammer monster schmonsters aha okay jetzt habe ich die map sehr gut sehr gut average Sehr gut, sehr gut. Aha. Äh, la 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 la, nam 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 nam, okay, dann muss ich mal mit dir reden. Komm. Oh, das ist Noel, er hat mir lebrow und mich aus einem tiefsten Ort geholfen. Ist das richtig? Mhm, jetzt erstmal Schlägeri. Ich bin Gadot. Okay, mach es einfach, big guy. Ich bin nicht hier, um Probleme für niemanden zu machen. Hm, du besser nicht. Wenn alles zu Sarah passiert, dann wird der Boss die Karkasse rauskriegen, um zu drehen. Ja, ja. Genau, wir müssen auch begegnen. Wer ist denn der Boss? Der Boss? Wer ist das? Er ist nicht hier gerade jetzt. Äh. Okay, schon mal schön aufgemuckt, so muss das sein. Oh, ne, wo? Nein. Gar noch hervorragend, also. Ich bin einfach, warum gut. So, komm. Extermination, hier ein bisschen Feuer und so. Ja, 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 hier, komm. Jetzt, geh mal in den Schockstatus, jetzt aber schnell. Und nochmal, komm, zack. Und dann Doppelkampf und dann muss das recht schnell beendet sein. Genau jetzt. Ah, ha, ha, ha. Sehr gut. Yeah. Eisenreif. Aha, okay. Gehen wir mal weiter. Guck mal, was ist das? Oh, wieder sowas Sphärenmäßiges. Oh ja, und schon wieder eine Box. Oder so ein, ja, wie nennt man das? Keine Ahnung. Analyzator erhalten. Oh, crap. Ich muss ja schon wieder töten, meine Güte. Die wollen es einfach nicht anders, tut mir leid. Aber wenn die die ganze Zeit aus dem Maul wollen, dann kann ich denen auch nicht helfen. Also, es ist nicht meine Schuld. So, zack. Fertig. Mogri. Was? Keine 5 Sterne, hallo, das war legendär, will ich schon fast meinen. Monster Schmonster, ey. Wenn ihr diesen Spruch immer weitermacht, dann ist aber Schluss hier. Das geht. Hervorragend. Was ist denn das hier? Oh Gott. Wasabikröten. Ey, geil. Nehmen wir diese Wasabikröten. Ich hätte es wissen müssen. Toll. Ey, das gibt's doch nicht. Keine 5 Sterne? Oh, da ist der Bullcrap. Warte, ist hier was? Äh, nö. Gut. Was ist denn hier? Oh, nee. Es ist schon wieder absolut zugedröhnt hier. Na, komm, komm. Ja, 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 komm. Ja, wo? Hä? Okay. Ähm, was hast du zu sagen? Hier? Hä? Oh, hey, Yuge. Hey, Yuge. So, this is the famous Noel, huh? Yep. I guess news travels fast. LeBron told me how you helped her out. I'm Yuge. Nice to meet you. Hey, likewise. What's with the new style and thread, Sarah? Not exactly a dress-up and hit the town kind of occasion. Aha. Yuge, ich weiß nicht, dass wir uns interessieren. Wie soll ich denn ihm antworten? Äh, SACS, ausgeschenkt, Yuge. Yuge. Yuge, du willst wirklich nicht wirklich sprechen, du, weißt. Was? Diese sind meine regularer Kleine. Ich kann nicht helfen, dass ich fantastisch kreise. Ha, 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 ha. Ich hätte besser gehen können. Ich sehe euch später. Bye. Ähm, yum, yum, yum. Okay, nichts mehr. Ja, wieder ein Ding ins. Phoenix-Feder. Ha, davon habe ich schon zwei. Wer bist du? Ach, du. Dünger, mein Freund. Wir müssen gut. Ja, ich bin nicht mehr. Ich bin ja, ich bin nicht mehr. Ich bin ja davon. Oh, das war gut. Und seit der Zeit der Schuhe ist, wir sehenen verschiedene Abberaterien. Na, du hast einen im Geschehen, was passiert ist, was passiert? Glockenzeig? Das ist die Wahrheit. Einige Beispiele haben sich über 20 Jahre lang geflogen. Aber andere Beispiele haben noch nicht verändert. Also, diese Beispiele sind aus verschiedenen Zeitlinien. Die Realität, die sich zusammenleben. Wie zwei Ängen sind. Ist das genau richtig? Genau! Es ist genau so. Wo kommt der Meteorit her? Hä? Okay. Ähm, gut. Dann mach ich für diesen Part Schluss. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, abonnieren. Schau euch die anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Ciao!